ich glaube gerade die ganze zeit die blutsplitter hinter mir ja ich sehe das nicht ich sehe das nicht ich sehe das nicht ja dann fliegen sie dann fliegen sie meistens ein stück ein stück weit weg von dir wieder hin also dass sie da echt mitkommen das habe ich auch noch nicht mitgekriegt also es bringt mir ein bisschen mehr zähigkeit und erholung aber weniger schaden ja nachdem das nachdem das eh gerade alles nicht dein bild ist es ist eh relativ hinfällig kann es noch nicht sein was musst du musst du doch sehen was ich sag es wird vermutlich wird es nicht sein aber komm 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 doch mal zu mir wenn du wenn du fertig bist holen wir dir holen wir dir den würfel ja du kannst auch du kannst auch einfach da da irgendwo warten was wieso ups weil ich mir vielleicht gerade so ein paar monstchen auf den hals gesammelt was nein 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 aus dem weg Nein, nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, aaaah, tot. Jetzt habe ich es aber eine ganze Weile geschafft, da wegzulaufen. So, äh, wo bist denn du? Du bist da hinten irgendwo. Ah, da bist du. Ah, hi. Au, tot. Ne, ich sag doch. Ich muss, ich muss selber suchen, weil ich nicht ganz, weil ich nicht immer ganz genau weiß, wo das ist. Nein, 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 aua, aua, aua. Kann ich mich hier verstecken? Nein, da kommt so ein riesen, riesen Yeti. Hey, mein riesen Yeti haut auf meinen kleinen Yeti. Oh nein. Ein bloody Yeti ist es. Ein bloody Yeti? Nein, ich will nicht dauernd in der Stadt wiederbelebt werden, das soll die Kacke. Aber vielleicht kann ich mich schnell reparieren. Ah, das ist gut. Ah, halt. Da leuchtet's. Leichnam des Yeti, wie fies. Ob das jetzt traurig ist für meinen Yeti? Was? Naja, dass hier Yetis gekillt werden. Ich glaube nicht. Blöde Ziege, hau ab. Da, den eisernen Käfig mach ich nicht auf. Leicht. Also das meiste sollte ich haben. Warte mal. Ich hab doch, ich hab doch. Schick. Ah ne, ich hab Schick noch nicht eingestellt, das war das Problem. Okay. Komm mal mit. Ich komm doch schon. kannst du mir kann ich nicht mehr wieso kannst du es nicht bist du schon wieder tot da kann ich jetzt ja kannst du aber anstatt von was ich wollte es nicht normalerweise gibt es doch gibt es doch dann ganz schönen guide na ja ich darf es ja eigentlich nicht nehmen für mein links aber ich möchte wie du darfst es nicht nehmen ja es ist nicht gedacht okay ich glaube ich dass ich schon wieder wohl lange rennen und du nicht lang rennen doch da warst du schon aber ich kann mich porten und ich bin tot oder leuchtet nein da wollen wir nicht hin kleine schweinchen was war denn das gerade so aus wie kleine schweinchen das war ein baden ja fast fast das gleiche hab ich vielleicht kann ich tauschen piranhas gegen eigentlich möchte ich mein huhn auf rechts klick egal das kann ich dann noch in ruhe machen weil eigentlich muss ich ja wieder komplett auf und ich weiß es nicht ganz viele yetis hilfe ja nein fliegeding 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 da sind ja noch da schauen wir mal jetzt einfach auch mal so mach die truhe auf ja ja du darfst jetzt darfst du wenn sie nicht rot leuchtet dann sind und das ist gut ja aber rot rot leuchten scheiße kist werde ich nie lernen vermutlich ich werde sowieso nichts jemals lernen in diesem spiel ja du müsstest das halt selber mal spielen so habe ich schon ein paar mal aber auch da habe ich nur quatsch gemacht ok hier wollen wir hin ab zu mir so schön und das weiß ich zum beispiel gar nicht wie bin ich denn da jetzt hingekommen zu diesem ja hast du wir sind doch da gerade entlang gelaufen ja ja aber wo von der stadt aus mach ich das mach die macht die karte auf mit m ich weiß genau dann siehst du ab 3 in den ruinen von secharon sind wir gerade ja aber woher weiß ich dass ich da würfel kriege weil ich es dir gerade gesagt habe und woher weißt du dass ich da würfel kriege weil ich dem weil ich dem hier also wenn du jetzt wieder in die in die stadt gehst ja und wenn du jetzt hier bei zu sollte und cool gehst der erzählt dir das jetzt nicht mehr ach ach weil du ihn ja jetzt schon hast ach so ok gut also mir wird einfach schon wieder zu viel vor gekaut ja ja alles quatsch so schön das ich hab's mir jetzt auch noch nicht so ganz genau angeschaut das mache ich dann in ruhe aber also von den werten her ist schon mal nichts irgendwie besser und von meinem was ich brauche glaube ich jetzt auch nichts dabei schade dafür kann ich mal schauen aber ich glaube jetzt nichts wie viele ähm portalsteine hast du denn noch Moment auch ach du bist ein bisschen mehr schadensmesser äh hier ok oh nö wenn ich das nehme dann habe ich nicht mehr meinen Frosch nö 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 ich merke schon was brauche ich noch glotzender tod nö weil dann habe ich ja kein frosch mundungus nenne ich es immer was kapitän kapitän habe ich schon geil dann brauche ich windrose und ring der leere abend kapitän was brauchst du davon seitenscherpe und abstieg wir gehen mal hier zum jemand hier zum schmied der hat ihn der macht die nämlich wenn du glück hattest hast du mit dem hast du mit den kisten auch die die baupläne gekriegt ja dann musst du den erst mal komplett ausbilden dann gehst du auf rüstungen guckst ja den den gürtel da brauchst du doch kapitän kamer sind die seiden die seiden schärpe das alphabetisch geordnet und du bist gerade bei waffen da musst du schauen ob du die auch schon machen kannst ja man kann ich waffe und so auch machen ja meistens nicht die du brauchst weiß auch gar nicht was das für eine ist das muss ich erst mal schauen das weiß ich nicht mehr der wuss entsafter und der glotzende tot also da wirst du da wirst du ansonsten nichts finden was du brauchst ich kann da nicht gerade irgendwas von offen naja gut aber dann habe ich schon mal das klein moment was du auch was du auch theoretisch machen kannst ist wenn du einen legendären gegenstand hast dass du den in kanais würfel um umrollst also umschmiedest in den anderen legendären egal welches also was ich dann nehme oder auch von da von der wertigkeit egal was ja da kann ich ja einiges schmeißen ja aber du musst halt jedes mal sachen also materialien blechen wenn du wenn du auf das buch da unten klickst dann willst du hier legendären gegenstand umschmieden seite 2 und dann und dann klickst du auf füllen und dann legst du den legendären gegenstand mit rein den du umschmieden willst es ging gerade nicht muss gehen ah ja weil mir fehlt vergessene seelen hast du noch nicht genug da musst du da musst du legendäre gegenstände zerstören also ach beim schmied kam jo warum habe ich die gesammelt stimmt ich weiß auch nicht aber das ist immer wenn ich da zu lange nicht spiel dann habe ich alles vergessen das ist schon okay ich habe sogar fürs zocken zu wenig äh gedächtnis ich wollte jetzt nicht hirn sagen weil das wäre gelogen aber manchmal auch das das heißt ich kann die eigentlich alle zerstören bis auf ein paar die ich dann eben um den das den Hm. Und wenn du da Schuhe reinwirfst, kann auch easy ne Schulter rauskommen. Also das ist... Wenn du da Schuhe reinwirfst, kann easy ne Schulter rauskommen. Alles klar. Ja, du weißt, was ich mein. Ja. Bestimmt. Also es ist nicht an die Art des Gegenstands gebunden. Also kann ich auch ne Waffe reinschmeißen und nen Kopf dafür kriegen. Richtig. Oder ne Hand. Mhm. Weiß ich nicht. Musst du gucken. Wenn du im Inventar auf den Amboss klickst, da siehst du die vergessenen Seelen, die du hast. Hm. Hm. Haben wir da bekommen. Eine legendäre Waffe. Ganz fantastisch. Wow, ich hab schon wieder keine Seelen mehr. Das ging jetzt genau einmal. Ja, du brauchst auch relativ viele dafür. So, jetzt mach mal dein Inventar leer. Dann laufen wir ein bisschen. Ja. Bereit. Machen wir ein kleines. Oh, ich höre. Bist du da? Nein. Jetzt bin ich da. Well. Was ging's denn? Ich will länger ein München sein. Nie sehr kurz gehen. Leben ist auch sehr kurz gerade. Leben ist auch sehr kurz gerade. Hm. Ohh. Ja. Ja. Ich hab zu dir. Und trotzdem- Okay. Oh, das war füß, wurde als Hühnchen getötet, ja wahrscheinlich weil du da durch die Suppe durchgelaufen bist, ja wahrscheinlich, ja, da musst du eigentlich alles, da, wieso ist eine Wand. Komm schon. Gibt mir die Lüchte. Ich fühle mich gesegnet. Ich fühle mich gesegnet. Ich bin verletzt. Ich muss mich ein wenig länger warten. Habe ich einen übersehen? Da war ich noch nicht, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Jetzt war ich da. Ich bin so neugierig, dass ich da bin. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Juhu, mein Spiel leckt. Ja man, ich habe meine Füße. Nein, stimmt gar nicht, weil ich ja diese komischen Wattstiefel anziehe. Aber warum, wenn es auch die Füße gibt? Okay. Hä? Du hast deine Füße, aber du hast nicht deine Füße. Ja. Kennst du das Problem nicht? Ja. Wenn deine Füße nicht deine Füße sind. Hä? Ach! Hä? Ich bin ja gut, ich komme zu dir. Autsch! Mann! Bin ich doch nur in der Schnell fort. Ich bin doch nicht mit dem Schnell fort. Habe ich wen vergessen? Ja mich. Wo bist du denn? Hier. Ah, bist bei mir. Gut. Alles einsammeln, bitte. Ach. Barsch, wie das da keine Tür ist? Die Geister sind mir wohl gesagt. Ich hasse es. Ja, wenn... Wenn du... Wenn du... Wenn du spiel... Wenn du spiel leckst... Da steht noch einer. Wo steht einer? Da, in der Suppe. Überhaupt niemand steht da. Da steht einer. Guck mal an. Da steht überhaupt niemand in irgendeiner Suppe. Doch, da steht einer. Neben mir, da. Ich laufe um ihn rum. Siehst du nicht, dass hier so ein Fuzzi steht? Nein, da steht kein Fuzzi. Doch, da steht ein Fuzzi. Was für ein Fuzzi soll da stehen? Jetzt... Gerade stehe ich in ihm drin. Nein, da ist niemand. Bei mir steht da so ein Fuzzi. Da ist niemand. Bei mir nicht. Ich mach dir einen Screenshot. Da ist so ein Fuzzi. Da ist kein Fuzzi. Ich schwöre. Warte, warte. Mache, mache Bild. Schicke Bild. Okay. Wir können... Aber was will denn der hier? Das ist ein Bug. Der bewegt sich nicht. Er tut gar nichts. Er steht in meiner Suppe und stirbt nicht. Jetzt komm... Komm da in die nächste Ebene. Nach links kannst du schon. Sag der, wenn sie nach rechts... Ja, weil ich links schon war. Nein, ich ging nach rechts gerade. Das ist aber schön. Schöni. Sehr schöni. Gefällt mir. Voll gut. Da waren wir noch nicht. So schön. Da war ich noch nicht. So ein Ding kenne ich nur mit den hässlichen Spinnen. Na, gibt's. Oder fast so. Nee, 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 nee. Aber so, so diese... So wie es aussieht, wenn die Spinnen aufkommen. Nö. Hier, hier keine Spinnen. Der Weg zu mir ist klar. Uff, tufff, tufff, tufff. Ufff, tufff, tufff. Ufff, tufff. Ufff, tufff. Okay. Ja, ich muss dann vielleicht mal zu. Ich will mir eine Pizza bestellen. Was? Ich will mir eine Pizza bestellen. Warum? Weil ich Lust auf eine Pizza habe vermutlich. Dann bestell dir eine Pizza. Aber das kostet Geld. Ja, richtig. Das ist nicht gut. Das wäre auch gar nicht so clever. Ich hätte gerne eine Pizza. Gibt es so eine Aktion von Gominos oder so, dass eine Pizza in 20 Minuten kommt garantiert und wenn nicht, kriegst du beim nächsten Mal eine umsonst. Beim nächsten Mal. Ja. Impliziert, dass du dann wahrscheinlich nochmal für irgendeinen Bestellwert bestellen musst. Ja. Ja. Ziemlich sicher. Nein. Diese Kreatur muss sterben. Die Kreatur muss sterben. Oh, da warst du noch nicht. Okay. Hey. Hey. Du komisches Einhorn. Du bist zu schnell. Lass weg. Ja. Ja. Wieso läuft mir denn dieses eine Viech nur hinterher? Aber du siehst doch, wo ich langlaufe. und so nicht. Ja. Ja. Lass es doch nicht hinten. Der Kunde einfach gerne selber. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde da wirklich so durchlaufen. Ich würde da irgendwie so am Rande... Eieiei. Entlang klettern. Vermutlich. Oder ich würde nämlich... Oh, das ist süß. Was bist denn du? Was bist denn du? Ich kann es nicht so lange anschauen, weil ich dann sterbe. Wie süß sind die Monster hier? Welche? Also diese, diese Fledermaus-Dings, die sind voll hübsch. Und dieses komische... Weiß ich nicht, ob ich es sehr eh bin. Ekelig oder süß finde, was da grad um mich rumräumelt. Was ist das da? Jo, Freunde. Wollt ihr Freunde sein? Ich bin ein Huhn. Hallo. Das kann grad keins mehr sein. Wartet, wartet, wartet. Nein, lasst mich in Ruhe, bis ich wieder ein Huhn bin. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Aua. Oho. Ich bin ein Huhn, Freund. いた, ich bin ein Huhn. Oho. Sie sind gemein zu mir. Geh mal kurz in die Stadt. Sie sind sehr kaputt. Und Freunde suchen. Sehr kaputt. Freunde suchen, ja. Ja, Bumm, 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 bumm. Oh, das ist Chiri-Dodal. ich bin geheimt so jetzt machen wir den inneren teil noch fertig ja du darfst in diese du darfst in diese so bin ich reinlaufen noch mal ein fähig so von mir aus können wir nach hause oder auch nicht nicht clever nicht clever da lag so zeug das wollte ich ja 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 ich auch so dann mache ich das ding mal zu ja ich kann das hühnchen als das ding zu nehmen offen oh 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 Geil! Ich habe neue Waren, ihr solltet sie euch sichern. Ich habe nie aufgehört, nach Ganaichs Würfel zu suchen. Der hat Gesundheit. Ja, danke. Das ist unwahrscheinlich, dass er mir überlässt, aber ich kenne ihn. Was hast du es dann jetzt? Ja, hoffen was. Kannst du noch ein bisschen weggehen von deinem Mikro vielleicht? Nee, weil das mit mir mitgeht. Ah, okay. Kann ich abnehmen, lass festgewachsen. Ähm. 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 Ich will aber 130. Ja, 120. Jetzt war auch schon mal nicht schlecht. Die sind so gemelich. Die sind so gemelich. Er ist einfach... Okay, ich sehe schon, das wird jetzt erstmal nichts. Ja. Warte, 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 warte. Ha, ha, ha. Nee. Hä? Warte, das ist doch das Richtige. Ich soll Kopf Mundunugus Ornat nehmen. Ich habe hier Mundunugus Kopfschmuck. Ist doch dasselbe, oder nicht? Ah ja, da steht's Ornat, genau. Cool. Nicht cool. Ich habe meinen Kopf. Pass auf, dass du ihn nicht verlierst. Geiler Scheiß. Brauche ich bei den Ringen eigentlich auch mal irgendwelche nicht grünen Ringe? Eigentlich nicht, oder? Mh, ab und zu schon. Also mein Set läuft jetzt zwar auch auf grüne Ringen, äh, auf Set Ringen, aber ab und zu brauchst du auch, wollen die auch andere haben. Okay. So, ich würde noch ein großes laufen. Mhm. Und dann müsstest du halt dann wieder stehen bleiben. Mhm. Und dann bin, und dann bin ich weg. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Ich habe gerade ein bisschen aussortiert. Ich bin auch nicht ganz bereit. Okay. Für grünes Zeug kriege ich ja auch so. Vergessen. Ja. Und kriegst du sogar mehr. Äh, ne. Stimmt nicht. Stimmt nicht. So. Ja, Bist du bereit? Jaaa, Coco. Was is mich? Er stehe. Meine Kraft wächst gewaltig. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was spannend. Oh, Aloha, Kriegertriger. Ich hab dich gar nicht gesehen. Sorry. Also was heißt gerade? Schön, dass schon wieder jemand zuschaut. Ich hatte, wo es so extrem spannend ist. Wobei ich fand es ganz gut zu können. Ja, im Grunde schon. Ja, renne hier so rum. Aber du hast aufgeräumt. Schön. Echt? Ja, ziemlich. Also im Moment, kommt da nichts. Okay, cool. Ich komme. Naja, noch nicht, aber gleich. Dann eh nicht porten. Ja, noch nicht, aber gleich. Stimmt. Ungefähr jetzt. Jetzt kannst du porten. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Boah, bitte ist da jetzt noch mal irgendwas cooles dabei, ich will einen Erfolg. Danke. Vielen Dank. Nö, hab ich auch nichts lustiges. Nö, hab ich auch nichts lustiges. Ich verleihe euch. Ich gewinne. Ich habe nichts. Das ist doch nett. Oh. Arachy. Wollte ich zwar gerade eigentlich nicht, aber... Ja, Mann! Mon Donogus! Ja, das hat doch schon... Das ist doch etwas. Ja, irgendwie bei uns ist es auch gerade sehr kurz und spontan und was auch immer, wenn wir spielen. Aber... Naja. Immerhin. Ging es ja ganz lange gar nicht. Ciao. Ja, ich wurde gerade... Antworte gerade auf Chat. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Das kann ich nicht tun. Ja. 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 Ich bin nicht durch halb Europa und Deutschland tingelt die ganze Zeit. so. Ja. Dann sagen wir mal gute Nacht. Jo. Jo. Und vielleicht irgendwann... Ja, ich sag's gar nicht mehr wann. Who knows. Bis demnächst. Ja. Ja. Oh ja. Kriegertiger, ich wünsch dir gute Besserung. Ich weiß jetzt... Kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber vielleicht beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Und dann... Na, weiter quatschen. Gute Nacht.